Ja nun, ich befinde mich hier in einer Wohngegend, das ist Einfamilienhäuser, schwedischer Stil, sieht auch so ein bisschen aus wie in Norwegen, aber ob hier ein Studio ist, das müssen wir jetzt mal gucken. Gehen wir mal hier lang, gucken wir doch mal, ob wir hier die Männer von Apokalyptika treffen. Hallo, ich bin Rocco. Das ist dein Bruder? Hallo, Bruder. Hallo. Hallo. Ich bin Paul. Das ist eine Tongue-Towel. Du machst eine Tongue-Massage. Das ist sehr gut für die Frauen. Du machst das so. 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 Das ist sehr gut. Der Original Idee kam von unser 8R, Krister Schroeder von Schakere. Wenn er, wenn er, er war, um, die Manager in der Popkoll. Und er hat mich gefragt, und ich habe dieses Album, Langeres Album, eine paar Woche vorher, denn ich habe eine Saison auf dem Radio gehört. Selbst wenn ich dich nicht so lange kennengelernt habe, und ich habe noch nicht gehört, ich habe so hart gehört, es ist eine Ehreinheit zu machen, denn du bist so professionell mit dieser Musik. Es ist eine andere Sache, die du schon gemacht hast. Linda beginnt zu bauen neue Ideen, auf der Topf der Cello-Line. Aber jetzt habe ich eine Melodie-Line mit ihr, vielleicht nicht so viel, weil sie sehr frei ist, und vielleicht sehr frei ist, von der Original. Es beginnt zu sein, mit vielen Melodien zu gehen. Ich habe das erste Mal gehört Bimbo, von Radio. Ich war in Traffic Lights, und ich war gerade auf Radio. Was ist das Bimbo? Ja. Das erste Riff war. Ich dachte, was ist das so cool? Ich habe die ganze Melodie-Sing-Melodie und auch die Lyrics für die Song. Ja. Ja. Es ist ein bisschen schweres, wenn eine Person, wenn eine Person, wirklich zu dir, ist, wie bei Heroin, zum Beispiel. Und es ist nicht, dass ich sage, Worten, sehr ähnliches zu Heroin, und das Sachen. Es ist nur, dass du singst über andere Worte, über unsere Liebe. Und ich wirklich nicht will, ich will nicht verlieren, diese Person. Und ich singe, wie es für mich fühlt, und wie es für ihn fühlt. Vielen Dank. Vielen Dank.